da er hier ist auch noch Leben Anna okay sammeln wir alles ein, ich sammle auch alles ein oh ja, hoffen wir und aus dem Leben, aus dem Breaks, also aus den Steinen müssen wir dann die Blocks formen da vorne ist auch noch Leben was sag nochmal Teenie Mütter ich glaub das kenn ich aber ach sehr, das läuft auf Vox oder so, ne ja, trotzdem kenn ich hab ich schon mal zu sehen Anna, ich hab drei Dings, drei Packs und bald vier oh cool, also es ist jetzt nicht cool aber mach mal diesen Holzstamm da weg wir brauchen Essen Anna für die Nacht krass siehst du den Enderman da vorne guck ihn nicht an Anna guck ihn nicht an ja da vorne guck mal da hinten da wo das ein Schweinchen ist kommst du? gehst du ihn killen? das ist mir viel zu böse dann kommt er noch in unser Haus rein oh nein oh, ich hab genügend Holz Anna ich hab fast vier oh, fail guck mal in unseren Schrank jetzt wie viel Holz wir haben also so halbmäßig Schrank guck mal Anna, leben wie viel ich da jetzt rein tu so, mehr hab ich nicht oh, ich hab was zum Braten von dem Hühnchen wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf wird schon Nacht siehst du schon oh, es wird Nacht Anna ja, brenn du den Sand hast du Holz, ein Block? ich ich hab einen Holzblock ja ich guck hier aus dem Fenster wo die Sonne untergeht und du guckst aus dem anderen okay ich auch ich wette, er ist wieder unter uns sonst hört man die ja nicht so laut wieder ja, der Slime war auch unter uns wollen wir das Fenster nicht doch wieder rausreißen? nein, okay das wär jetzt Verbrauch oh, vier Glas schon hast du noch Stein? nee nee, sonst hätten wir jetzt noch einen Ofen machen können dann ging's schneller ich auch nicht wir hätten mal Steinsammeln sollen Anna, wir gehen morgen mal in eine Höhle, oder? in eine Höhle? ja, in eine Höhle zum Sterben ja, weil wir doch so gut im Sterben sind guck mal, ob du einen Spinne oder einen Zombie siehst sie spielen oh, hab ich mich erschrocken spielen wir Zombie, Bingo? das ist cool also, zum Beispiel du findest jetzt einen Zombie und dann sagst du Bingo also, wir müssen halt ein Tier bestimmen was man finden soll sagen wir mal Zombie, ja, also man muss es auch vorzeigen können ja, also jetzt nicht so schummeln da, Tintenfisch wäre einfach da vorne ist ein Tintenfisch hey, wie meinst du? ah ja, wie? ich krieg das nicht so gut hin das ist ein Mord, glaub ich no Zombie wollen wir lieber Spinne nehmen, oder so? ich seh keine Spinne, nur so hi wie lang läuft noch? ach, noch vier Blöcke laufen ich hol schon mal einen Block Lehm raus zum Brennen wir müssen noch drei zwei Blöcke warten dann können wir die im Wurzeln also Zombie suchen wir, ne? oben, glaub ich ja, so ein Zombie der so reden kann, ja? los, komm jetzt wird fertig, Anna ja soll ich hier eine Leinewache halten? ja eigentlich kann hier ja keiner reinkommen bis auf so eine kleine Spinne, ja? dann das dann dann k